Diese sensationellen Aufnahmen eines schwarzen Leoparden sind kürzlich den britischen Tierfotografen Will Burad Lucas in Kenia gelungen. Lange war unklar, ob es diese Großkatze in Afrika überhaupt noch gibt. Es gab tatsächlich ein paar einzelne Spuren und wir haben vermutet, dass eine davon von diesem schwarzen Leoparden sein könnte. Dort haben wir die Kamerafallen aufgestellt, vermutlich kam er öfter vorbei, vielleicht um irgendwo Wasser zu trinken. Der schwarze Leopard wird auch Panther genannt. Der Grund für die schwarze Fellpigmentierung ist eine seltene Genmutation, dabei handelt es sich um Melanismus, das Gegenteil von Albinismus, der eine schwarze Haut und Fellfarbe bewirkt. Die Aufnahmen dieses äußerst scheuen Tieres gelangen Will Burad Lucas im kenianischen Naturschutzgebiet Leikipia Wilderness Camp und er benutzte spezielle Sensoren, die die Blitzanlage sowie die professionellen Kameras auslösten. Und nach Angaben des Fotografen kann dieses Setup dann auch Wochen oder gar Monate lang geduldig auf weitere beeindruckende Besuche der seltenen Wildkatze warten. Herzliches Vielen Dank.